So, willkommen zurück bei Dai Katana. Wir sind irgendwo in der Höhle der Medusa. Verstehe aber dann ein Sinn nicht, wenn Medusa so böse ist, dann sollte sie doch nur irgendwelche blinden... irgendwelche blinden Gegner haben, äh, blinden Bewacher haben. Ich kann mich erinnern, dass das relativ kurz war. Ich hoffe es zumindest. Hallo. Hast du Augen im Hinterkopf oder was soll der Scheiß? Mystic Eye? Oh, das ist eine der letzten Waffen, oder? Ja, ich hoffe es. Naja. Und auch noch keine Spinnengegner oder sowas. Komm, nimm den Scheiß. Danke. Ja, passt doch. Vor allem, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich erstmal, ja, vielleicht ist das der Gegner, wenn sie so echt aussieht. Aber ja. Man will es lieber unterwältigend machen. Ähm, wo ist hier der weitere Weg? Das nicht, oder? Nee. Aha. Ich glaube, das Spiel Warlock hat... Ah, da unten ist das Leer auf dem Medusa. Ähm, das Spiel Warlock... Nee. Warlock. Nicht Warlock, das war eine Band. Warlock... Ist so ein... Ähm... Serious Sam-Abklatsch. Der im antiken Griechenland spielt. Hat mich auch mal interessiert. Soll aber nicht so gut sein. Übrigens, Seetantung, wenn du mal zuschaust. Ich, äh... Freu mich auf dich. Für Serious Sam und so. Ähm... Da hinten ist schon wieder so ein Flug-Bitch. Ich glaube, ich habe hier keine Möglichkeit, die... Okay. Haben wir hier Secrets? Ach, du Himmel. Äh... Das war vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, das Ding brauchen wir nicht. Hap. So, das Problem ist, ähm... In diesem Spiel... Also in diesem Abschnitt gibt es jetzt mehrere Gimmick-Waffen. Zumindest... Also den Hammer kann man wirklich nicht normal einsetzen. Außer gegen diese Gegner, für die man ihn sicher braucht. Ist zwar eine intelligente Idee, aber... Wie gesagt, die Umsetzung hapert ein bisschen. Und dann haben wir jetzt das weitere Gimmick-Waffe, dieses Eye of Zeus. Das müsste das hier sein. Ja. Das ist quasi so eine Mörder-Waffe, die alles killt. Aber man braucht sie halt jetzt wahrscheinlich für Medusa, denke ich. Wir werden natürlich versuchen, sie mit dem Daikatana zu schlachten. Hallo. Und das ist Munition dafür, oder wie? Ja, natürlich. Mystic Eye. Hallo. Hallo. Äh... Ich hätte gerne das hier und... Tschüss. Wir sind relativ nah dran, ne? Da unten ist schon... Nächste... Der nicht herkommt. Komm mal her, da. Ich bin immer noch so erstaunt. Ein Jahr danach erschien Return to Castle Wolfenstein. Und es war so viel besser. Sind wir da hergekommen? Ich hoffe's. Spiders in the night. Da werden wir nicht weiter können. Hier sowas. Warum benutzt man den... Warum hat man nicht solche Level-Abschnitte, wo man den Hammer dann nochmal extra benutzen muss, um Zeug zuzertippern? Aber nö. Wir machen's lieber ein bisschen Pfader. So. Zack. So. Wie heißt dieser Abschnitt? Lair of Medusa Part 2 Kreativ Spinnen Sind echt so ein bisschen wie das eiskalte Händchen in Blatt Bei dem Spiel warte ich noch auf einen gescheiten Sourcepot Endlich ein Sourcepot für Blatt Ich will das gerne, weil wir erspielen Okay 0 von 3, das bedeutet Es gibt anscheinend keinen Weg zurück mehr So Wo bin ich jetzt? Äh Hä? War das richtig? Ich weiß es nicht Na toll Dann gehen wir mal wieder zurück Ist alles okay So Mekiko Nächster Versuch Wieder so ein Diskus Kommt her Was für ein Gehalte Hacke Mann Naja Es geht voran Oh ich erinnere mich an diesen Abschnitt Ich glaube das war hier Dann gehen wir mal auf Tauchstation Ja ist okay Du noch Es ist super wenn ihr auf der Höhe seid Jo Was muss ich jetzt machen Spinnen? Ja natürlich Drecksviecher Naja Und Nü? Oh Gott Werde ich auch noch unter Wasser angegriffen Dann brauchen wir hier wohl Fernwaffen Ich möchte bitte diese Waffe haben Und W statt E drücken Danke dafür Und Hallo Danke So Der nächste Weg sollte da hinführen Kieken wir mal Sieht nämlich giftiger aus Gefällt mir nicht Ah Poison Antidote Stirb Wo? Wo? Oh So Ihr seht ein vergifteter Fluss Wir müssen da irgendwie nach unten entlang Houdini Ja Jede Menge von diesem Antidote ist hier Wo mussten wir jetzt hin? Ja Darunter schwimmen vermutlich Gut Das machen wir im nächsten Video Oh Eine Megawase Oh Die kann man nicht zerstören Gut Bis dann Leute Bis dann